ich komplett verarscht und es hätten wir zu weihnachten spielen können du musst mein spiel weiterspielen spiel mit mir gutiger stern damit wurde der in das warte sind das leichen säcke es sind leichen säcke ich muss nach hause entschuldigung ich habe über buber gesehen deswegen wurde es mit zehn sternen bewertet von weg ich kenne die gesichter rotlicht keller mit wasser anja meinte sie habe mir eine überraschung an der tür hinterlassen in das ich und sie ist die frau mit dem buber hat muss ja ist die wir können die katze streichen spiel zehn von zehn dieses geschenk ist für mich das ist wohl die überraschung ich bin chucks träger das geschenk dass man das licht in der wohnung und machen ihre high fields hat da anja geliebte ich weiß du hast einen sensationellen geschmack und kuscheltieren aber es wird ja nicht besser das schenkt sie es am anderen schenkt sie sind später leichenteile wir wohnen erst seit drei wochen hier ist schon so eine müllhalde petruschkas oder wie die heißen matruschka 2009 holy shit ist das lange her wie alt sind wir zur hölle geht da wurden uns die verkabelung defekt das licht geht ständig aus okay das war schlimm das stand doch oh gott ich krieg grad voll angst da stand doch dieser gruselige elefant oh gott da ist doch was die puppe saß da scheiße wie ist er da hingekommen chat scheiße er hat sich den kopf gedreht alter sehr creepy und ekelhaft nein 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 muss gehen das scheißhaus kann mich auch nicht retten vor dem immerhin dufterfrischer klopapier fühlen wichtig und richtig wieder eine creepy puppe was soll das richtig das so von den sessel im wohnzimmer auf okay das war schon passieren die scheiß puppe ist weg die scheiß puppe ist weg hilfe 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 wo ist der wo ist der kleine keck ich mag das nicht ich mag das nicht wenn die puppen immer wechselt ich hasse puppen hilfe 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 da ist er der ekel what the fuck damals ist der gewachsen geht's hier rein du keck lass mich lecker einmachtgläser das ist lecker oder ist es hier draußen ist die garage weiter vor allem guckt es in meine richtung wo weiß das spiel dass sie jetzt von hier draußen da rein kommen und und nicht von der anderen seite tatsächlich guckt es nach da wo ist der ofen wenn man ihn braucht schalter aus hier das licht einschalten jetzt komme ich nicht mehr da rein der sessel ist da und die tür ist zu war niemand da war niemand ich habe mir das nur eingebildet das erpestig ich habe kein interesse daran mit dir die wohnung zu teilen wer immer du bist in den eklon crew mit zur gänsehaut ich mag sowas nicht wenn es bewaffnen bitte ja okay okay ich muss los ok nein tschau tschau nope 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 hau ich nicht wäre schlimm wenn jetzt alter 4 passiert warum ist sie zugezogen wer steht da wieder da kommt aber wer soll gerade recht es ist schlimm genug da kam gerade so eine irre ekelhafte frau vielleicht was unsere mutti noble bude auf einmal was ist das kann ich bitte gehen aber angst oh nein er ist wieder dort shit eklon ja solltest du ich werde der recht sich an unser ven wegwerfen an die mülleimer oh mein gott jo ich nehme dann den bus moment ticket ins nachbarland und baue mir neues leben auf ist okay für mich ist okay wirklich ich muss nicht hier nee ich muss hier nicht sein bye bye ich habe diese blöde puppe endlich weggeworfen ja als ob der weg bleibt kommen nach hause die sitzen auf der anderen seite die scheiße sitzen auf der anderen seite jetzt gefällt mir gar nicht was hier abgeht die tür ging auf aber wo ist die alte wir dürfen ich darf hier nicht lang ich darf nicht sehen ob die da steht verdammte scheiße müssen wir in so eine andere wohnung einbrechen ist der da hier dieses wird uns auch nicht helfen in diesem unchristlichen haus ja jetzt weiß ich warum die die man so heult ich rette dich ich hole dich hier raus ich weiß warum du heult das ist das kreuz des jesus kreuz ist weg jetzt kann der teufel rein oder was mich raus oh mein gott ist zugemacht oh mein gott hilfe kann ich jetzt endlich den hammer nehmen alles und wer sitzt daneben wer sitzt daneben er sitzt daneben hier ist einfach ein haufen scheiße am bien dieser kleine mist kerl ja er hat sie dazu gebracht sich zu hängen kann ich bitte gehen ich will einfach nur geh mir raus ich will meine wohnung war mir lieber ganz ehrlich warte hat 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 der puppe schon in meinem kopf gefehlt die tür ist offen kleiner arsch ich bin jetzt weg ciao und ich hab doch diesen kleinen scheiße ich hab ihn doch ich hab ihn weggeworfen in den müll hier in den müll habe ich den scheiße rein oh nein das ist das dreirad von jigsaw er ist wieder da hello my old friend was zur hölle wir haben das telefon wir haben ein telefon hallo what the fuck wie böse der guckt oh mein gott oh mein gott oh mein gott er will mit uns spielen oh das ist total blutrot jetzt der kleine wake sir ist das wirklich ein anja baum und wir hängen da jetzt spielzeuge dran was ist das und warum ist hier eine luke und es sah vorhin nicht so aus hier oh god helf mir ich habe das gefühl das sind meine eltern da drin papa ich habe mich komplett verarscht scheiß die wand ja die luke ist weg scheiß doch die wand dran ein auge leber das ist mit dem spiel wir müssen tun was er sagt ein ohr ist es anjas ohr da ist sie nee ist hier alles so tomatensaft warte ist es jetzt die mutter brauchst du einen bolzenschneider ich habe ihn im schrank versteckt der nach haus gesprungen kam das war irgendwie lustig was ist mit unserer haustür passiert ich kann nicht raus oh gott einen schönen abseilen gehen habe ich gemacht warum werde ich bestraft für spülen oh gott hallo das war im spiel oder ich bleib bei dir weihnachtsheilf oh du fröhlicher es ist alles gut wir schmücken jetzt den scheiß baum und dann hört alles auf steh auf steh auf wake up war es ein traum oder nicht wir wissen also nicht ob es ein traum war oder nicht es war irgendwie so schlimm wie welcome to kowloon ja ähm es war wunderschön wir haben alle errungen schaffen wir im 100% wooo